Jo, willkommen zurück zu Trials of Mana. Sehr schön, im Menü geht die Zeit nicht weiter. Unten links, das sind Buffs, die ich aufgelegt habe. Einmal für besseren Lucre Loot. Also das ist die Währung, die Goldmünzen und für 20% mehr Erfahrung. Und ich kann mich ausbilden, aber ich sammle den ganzen Kram jetzt einfach mal weiter. Weil wir bekommen ja auch noch neue... Dein Leben ist ziemlich kompliziert, Charlotte. Gehen wir zur Statue. Ja, genau das hatte ich vor. Hickok, Hickok. Ich muss ja hier jetzt echt... Ich nehme den schnellsten Weg, ne? Oh mein Gott. Nein! Ja, genau das war. Warte mal. Die ist doch schwach. Wir haben doch was bekommen. Okay, das bringt mir aber nichts. Vielleicht aber den. Auch nicht. Auch nicht. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Das war's für heute. Nein! Oh ja, da, da, ne, das mit den Ranken. Das muss die meiner Statue sein, die der Älteste erwähnt hat. Oh. Interessant, diese Pflanze habe ich noch nie gesehen, aber sie duftet himmlisch. Ich glaube, das ist der Weg, nach dem du suchst. Oh, ein neuer Weg ist erschienen. Bitte schön, hättest du was dagegen, wenn ich eine dieser Blumen mitnehme? Ich liebe diesen Duft. Ja, wie der grenzt. Ja, du, Ranken. Du, 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 du. Du, 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 du ja 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 warte mal hier ist schon ach so ja fehlt dir ja noch eine kiste danke auch nein okay nicht so schlimm ja 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 Da steckt aber keine Kiste. Oh, boah, das war so. Boah, die sind so hart da oben. Alter. Boah, das ist ne blöde Kombo hier. Ja. Hilfe. Sag mal. Hilfe. Da scheiße ich jetzt drauf. Schau mal von der anderen Seite. Da oben ist wieder ne Abkürzung. Das ist einfach zu hart. Wenn die da ihre Säbel durch die Lüfte flattern lassen, die kommen so schnell, da kann man gar nicht ausweichen. Oh. Oh, cool. Warte mal, ich hab da was, ich hab da Bock auf was cooles. Da war das nur ein halben Heilkraut. Oh. Ein Kaktuspratz, wie schön. Noch zwei. Und dann 20% Rabatt in Läden. noch zweimal genau. Da will ich nicht hin. Ja. 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 10 Minuten hält das. Das ist aber gar nicht immer so schlecht. Oh, das sieht nach Gegner aus. Wütet. Schlingkranke. 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 Hallo. Kann da auch mal jemand hier die da zurückholen? Ja. Das ist so. Sag mal, sag mal. Schlingkranke. 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 Was? Okay, die hat sich selber aufs Reingefitten. Sehr gut. Dann müssen wir reinhauen hier. Ui. 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 Ich hab keinen Kelch mehr. Wie kann ich sie denn wiederbeleben jetzt so? Wie kann ich sie denn wiederbeleben? Was macht die jetzt, alter? Wie kann ich sie denn wiederbeleben? 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 Bis zum nächsten Mal.